Angelina Jolie präsentiert nur einen besonderen Preis in ihrem Haus. Im Gegensatz zu vielen Stars stellt sie ihre Auszeichnungen nicht zur Schau. Der einzige Preis im Haus der sechsfachen Mutter ist eine Statue ihrer Kinder. Diese wurde von ihnen gebastelt, als Angelina bei einer Preisverleihung leer ausging. Die leicht beschädigte Statue hat für sie einen besonderen Wert. Diese rührende Geschichte erzählte sie gegenüber Access Hollywood. Anlass war die Verleihung des Performer Tribute bei den Gotham Awards 2024. In ihrer Rede gedachte sie auch ihrer verstorbenen Mutter. Angelina verriet zudem, dass sie ihre eigenen Filme ungern anschaut. Im Gespräch mit Fox 5 DC erklärte sie, dass ihre Kinder nun ihre frühen Werke entdecken. Das erinnert sie an vergangene Zeiten. Trotz zahlreicher Auszeichnungen zählen für sie die kleinen Gesten ihrer Familie mehr. Sie gewann bereits einen Academy Award, drei Golden Globes und einen Tony Award. Dennoch legt sie großen Wert auf Privatsphäre für sich und ihre Kinder. In einem Interview mit Good Morning America betonte sie die Wichtigkeit eines zurückgezogenen Lebens. Ihre Kinder möchten nicht im Rampenlicht stehen. Sie wurden nicht mit Privatsphäre geboren, richtig? sagte sie. Ich hoffe also, dass sie diese haben können, wenn sie alt werden. Ihre Kinder Shiloh, die Zwillinge Vivienne und Knox, sowie Maddox, Pax und Sahara schätzen die Privatsphäre sehr. Besonders Shiloh ist sehr zurückhaltend, verriet Angelina. Der Schutz ihrer Familie steht für die Schauspielerin an erster Stelle. Der Schutz ihrer Familie steht für die Schauspielerin an erster Stelle.